Ich finde Johann ganz nett. Danke, lieb von dir. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Ich habe gerade den Vertrag verlängert. Ich habe vielleicht nicht die gleiche selbstverständliche Wertschätzung meiner Vorzüge wie Johann, aber um ehrlich zu sein, bin ich doch schon sehr froh, dass ich das Leben leben kann, was ich lebe. Also, es ist ein gutes Leben, wenn Sie wissen, was ich meine. Du bist jedenfalls süß, obwohl du ein Idiot bist. Dann ist es ja ein Glück, dass ich mit dir verheiratet bin. Ja, du hast deine großen Momente, aber zwischendrin bist du unglaublich mittelmäßig. Wenn ich daran denke, was ich alles durchgemacht habe, und dass ich endlich frei geworden bin, nie wieder will ich das, nie wieder. Und wenn du einen streikenden Denker verblumst an, hören einer dazu und finden einen geibaren Kompromiss. Marianne, ich bin ein Schwein. Ich werde mich wie ein Schwein benehmen, das wird gut sein. Nein, das ist es nicht, was ich gemeint habe. Was hast du denn gemeint? Da sind wir verschieden wie alle anderen Menschen auch, aber in den wesentlichen Dingen, da sind wir uns einig. Also, kein Streit. Kein Streit. Kein Streit. Kein Streit. Dass endlich zu einer Entscheidung kommt. Entschuldige, aber wozu sollen wir uns entscheiden? Wozu, Marianne? Nein, ich habe dich so schrecklich, schrecklich gern, Johann. Ich habe dich so schrecklich gern. Wenn es um Gefühle geht, sind wir Analphabeten. Analphabeten, ja. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020